. 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 Ich hab nur noch. Genau. Er hat die Nase voll. Also von grüssen im Hintergrund. Hast du einen Satz mit solchen Mitarbeitern schon? Ich kann so nicht arbeiten. Ja, jetzt darfst du es sein. Es geht nicht so ziemlich viel. Möchtet dieserитете. Der Test. Der Test. Der Test. Er geht auch in den Winters. Der Test. Der Test. Das war's für heute. Das Weihnachts-Schenk für den Sohn. Super. Das ist eine Sauerei. Eine unglaubliche Sauerei. Oder Thomas? Widerlich. Widerlich. Ja. Da büchsen. Mal 100 hat's noch da unten. Und ein Haufen Glas, ein Haufen Plastik, ein Rasenmeier. Anna. Es ist weiderlich, was da unten alles ist. Immerhin ein Skate-Boost. Was hast du jetzt bei Ihnen? Ähm, was Dings war, das Skate-Boost gefunden haben, wo sie hier rumgeschwommen sind. Das hat ziemlich eingetrübt halt. Ja. Und Dings, so einen Gartenstuhl oder so. Schropp würde ich gerne noch. Der Rasenmeier, der ist verbrochen. Ja, den kann man schon noch. Der ist gerade da drunter. Ja. Der da bei dem Post dazu, nicht? Ist er. Den möchte ich eben filmen, wenn man einen Ue holt. Ja, aber können Sie den Ue holen? Nein, da müssen Sie einen Hebbensack haben. Ja. Oder ein Seil. Aber was können Sie Ue holen? Ich möchte jetzt... Warte mal schnell mal. Ja. Komm. Komm sound. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe den Buschler angesetzt, oder? Ich habe den Buschler angesetzt, und ich habe den Buschler angesetzt, und ich habe den Buschler angesetzt. Ich habe den Buschler angesetzt, und ich habe den Buschler angesetzt, und ich habe den Buschler angesetzt. Ich habe den Buschler angesetzt, und ich habe den Buschler angesetzt, und ich habe den Buschler angesetzt. Ich habe den Buschler angesetzt, und ich habe den Buschler angesetzt, und ich habe den Buschler angesetzt. Geht's noch? Aber du, ich sollte mal leben mit dem Treffen. Ja, ja, ja. Was ist schrocken eigentlich? Kein einer zu sehen, kein einer zu sehen. Vor einer, der wieder zu machen. Ja. Komm rein. Ja. Harte. Das ist ein Mensch. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah! 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 Respektiv! Ja! 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 Nein! Ja! Holt sich nicht anlassen mit der Karette durch! Ja! die Karette stoppt! Ja! 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 Das ist der Markt, das hätte ich schon einmal in der Karte georganisieren, oder? Er ist so ein Ding, oder? Er ist ein bisschen so da. Ah! Vala, bitte, Geltje! So, es geht nicht. Sie haben es gesehen, oder? Gut. Rastet zur Seite. Das funktioniert noch. Probier das. Oh nein, gerastet. Gerastet. Ja, geht noch. Nur neue Griffe, putzen. Ist das bis jetzt gefühlt? Dir? Das ist Stefan der heute Morgen. Ja. Ich bin noch mehr. Ganz wertvoll. Alles gefilmt. Ich war fast 2 Stunden im Wasser. Schau mal, was das alles bringt. Unglaublich. Wir haben schon immer geschätzt, es hat ein nervneues, dass der ganze Müllmacher war. Thomas ist halt einfach der Idealist und der Macher. Und dann hat er das Ganze ins Leben geöffnet.